Hallo Leute und herzlich willkommen zu The House Die Musik ist echt creepy Alter, dieses Bild Wir haben hier The House 1 und 2 Wir gehen natürlich zuerst in The House 1 Ah, scheiße, ist das laut Gibt es hier Settings? Ah, okay, es ist freaking laut You are now inside The House Ich weiß gar nicht The first room, the dining room, okay Hattet sich so Musik, ne? Ach so, tipp, okay Okay, die Musik ist schon mal einfach so scheiße laut Deswegen drehe ich mit meinem Kopfhörer Das ist so ein Tipp Dann ist es ein bisschen leiser, aber nicht wirklich, egal Also ist ein Spiel, wo wir uns obviously durchklicken müssen Ähm, und Ja Wir müssen uns hier durchklicken und Äh, können Können wir jetzt hier irgendwas Oder nur klicken Wow Äh Äh Alter Alter, was ist jetzt los? Oh mein Gott Ich bin so Oh Gott, second room The bathroom Oh nein Das ist auch nie gut, Bloody Mary Ihr wisst, da ist noch eine Notiz Happy Birthday, Mom We know that you suffer from Illness But we're sure that you will be fine soon Love you Cute Da ist noch eine Tint Ja, die sind Warte mal Äh Wieso kann ich das nicht mal anklicken? Ich wollte euch was zeigen Da drauf stand nämlich Poison Also Gift Oder Poison heißt doch Gift Okay, was können wir hier anklicken? Sonst Hör mal eine Z... Äh, da war ein anderer Zettel Bitte nicht Ey, das Spiel, das wird doch gleich zu einem richtig fetten... Hör, da füllt sich das Wasser Okay, egal Hat sich die Notiz geändert Hier jetzt irgendwas mit den Pillen Dann gibt es die Toilette Oh geil Weniger geil Alter Jetzt kommt hier Blut raus Alter, jetzt mal honestly Wo sind wir hier gelandet? Da steht jetzt gar nichts mehr auf dem Zettel Badewanne ist voll Hier liegt... Da ist ganz ein komisches Ding am Fenster Hier läuft Blut auf der Toilette Äh Wow Alter Mann Was ist das denn? Alter Ist das jetzt wieder was? Ah Oh Gott Sorry, du in der Kitschern Ist das eine Küche? Aber die ist weg Okay, wir sind dann klicken Natürlich diese Puppe Willst du auch mal noch weggehen, Alter? Ach, okay, danke Das ist noch ein Kalender Can... Wie? Canceled Treatment Friday 15. Okay, ist aber nicht Kein Freizeitag Der 13. zum Glück Wollen wir hier mal weitergeben Irgendwie Puppe nochmal Hallo? Okay, ne Finde ich spielst ja eigentlich Also ohne dass ich jetzt kenne Oder so Es ist... Ich finde es nicht mal so scheiße Ich finde es noch relativ cool Dass man sich so die Raume klicken kann, Alter Und dann... Ja... Okay Lebst du jetzt Kann ich mir wegmachen? Oh nein Hilfe Wieso? Ich habe mir vorhin eigentlich geschrieben Ich wollte gerade sagen, wieso ist mit dem seine Augen so offen Das ist fucking weird, boi Nein Mach aus hier Heimgang? Oh lol Ja wirklich? Sorry and goodbye honey Oder? Das heißt honey Digga, man kann es nicht laufen I'm so lucky to be your... Your wife? To be your wife? Bleh? I will always love you Aber da fehlt noch kein R Jetzt bildet es wieder hier Radio Ähm Geiler Koppelz auf jeden Fall Aber Was soll das jetzt heißen? Was war das denn schon wieder? Irgendwie schlecht aber Also creepy aber wie es so schlecht über das Gesicht läuft Egal Also es ist schon mal eine Story dahinter Aber es ist echt creepy man Also weird vor allem auch The Corridor Oh Gott Kann ich nicht mal? Oh hell no Das ist eine Notiz I'm sorry To go To go To God Also yeah To God for What I have done I love my family So I kill all my family Hä? Das ist kein Englisch, oder? It's the only thing I can do To stay together with them forever Aber mit was denn Mit was will ich für immer Together stay in alle? Also zusammen sein irgendwie Oh, Licht aus Licht an Licht an Licht an Licht an Oh Was war das denn? Aber hä, wie ist das hier ein komisches Format überhaupt irgendwie Ich sehe doch mein Maus dafür gar nicht Wäre es vielleicht für dieses Spiel Besser wenn der Mausseiger zu sehen ist Wie kann ich das nochmal kurz einstellen Hä? Geht das nicht? Oder muss ich das hier Am Mausseiger aufnehmen Ist aber eigentlich an Hä? Äh, hat sich die Notiz geändert? Ein bisschen Aber sonst eigentlich Okay Oh ne, bitte kein Jumpscare Kannst du einfach wieder Licht aus? Oh Hm? War das ich? Woah, scheiße Du Kekko This is not a true story All the photos, messages, message And story have been made up just for the assumption There is no intention not to respect this discreet credit And violate any person at all Okay Facebook Geht Also ob das geht Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ich dachte, das ist nur so angeschrieben Aber es geht ja wirklich Das war scheinbar Was ist das denn? Naja Auf jeden Fall Ähm Das war das Spiel The House 1 Wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch The House 2 spielen Schreiben in die Kommentare Wie das Spiel fand es Würde mich echt mal interessieren Und äh Dann würde ich sagen Wo hast du mit dieser Wie ist es im Spiel? Bis zum nächsten Mal Leute Ciao